Hallo, mein Name ist Johann Haaf und ich heiße Sie herzlich willkommen beim Autopark Hackerrott in Hannover. In unserem neuen Schaurung-Konzept von Cupra finden Beratungen direkt in unserem Wohnzimmer statt. Aber nicht nur das, wir bieten halt auch Merchandise-Produkte an. Probiert sie selbst an, direkt bei uns. Im Verkauf haben wir alle Modelle stehen, die es bei Cupra gibt, wie zum Beispiel die Cupra Born oder den Leon Sports Tourer. Seit vielen Jahren sind wir bei Hackerrott bekannt im Raum Hannover und Umgebung für die Marke Seat. Wir freuen uns auf dich, damit wir dir die tollen Modelle auch näher bringen können. Wir bei Hackerrott verstehen uns nicht nur als Automobilhändler, wir sehen uns mehr als Mobilitätspartner. Und dazu passt das neu gewonnene Ur-One-Bike perfekt. So, und hier sind wir in unserer Beratungsinsel. Hier findet die Beratung mit dem Kunden statt. Zudem bieten wir im Service alles rund ums Auto an, wie zum Beispiel TÜV-Abgasuntersuchungen, ganz einfache, easy Terminvergabe und natürlich die Inspektion. Wir bei Hackerrott verfolgen einen hohen Qualitätsstandard. Für uns selbst, für unsere Ausstellungsräume, auch für unsere Beratung im Service wie auch im Verkauf. Unsere Teams sind im Service ab 7.30 Uhr, im Verkauf ab 8 Uhr für dich da. Komm vorbei, erlebe es selbst und bewerte uns gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tend